Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Angenommen, Sie brauchen eine neue Hüfte, dann gehen Sie in ein Krankenhaus, die künstliche Hüfte wird eingesetzt, Sie bleiben noch ein paar Tage und danach geht es in die Reha oder nach Hause. Im Alter aber kann es sein, dass sich da noch eine geriatrische Behandlung anschließt und wozu das gut ist, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist Dr. Ulrich Küppers, er ist Chefarzt der Geriatrie in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Sagen Sie, wozu kann es denn gut sein, dass ich auch noch zu Ihnen komme mit meiner Hüfte? Ja, Patienten, die eine Hüftoperation hinter sich haben, teilen sich im Grunde in zwei Ströme auf. Es gibt die sogenannten gut mobilen, fitten Patienten mit wenig Begleitdiagnosen, die in eine fachspezifische Rehabilitationsbehandlung gehen und die schwerer Betroffenen, wo die Autonomie besonders bedroht ist, die kommen in die Geriatrie. Was heißt denn Autonomie bedroht? Autonomie heißt, viele Patienten nach einem Sturz haben große Angst, erneut zu stürzen. Die vermeiden dann überhaupt aufzustehen. Ihr Aktionsradius wird immer geringer und durch die Schonung werden sie noch schwächer und drohen erst recht zu fallen. Und wir gucken letztendlich in der Geriatrie, vor allem in den ersten drei Tagen danach, wie rüstig sind die Einzelnen noch, wie gut ist die Kraft, wie gut sind die orientiert. Wir gucken in mehreren Dimensionen nach, wie der Patient insgesamt aufgestellt ist und nicht nur auf die Nachbehandlung der Hüfte selbst und können daher rechtzeitig auch vorbereiten, wenn die Hilfsmittel später brauchen, zum Beispiel. Das heißt also, man guckt sozusagen auf den ganzen Menschen, auch auf seine Seele. Das würde ja dann insgesamt bedeuten, dass sie auch viel mehr Behandlungsmöglichkeiten haben, dass sie besser ausgestattet sind? Ja, also einmal ist es so, dass im geriatrischen Team wir mehrere Fachärzte dran sind. Beispielsweise in Bad Oldesloe haben wir tatsächlich im Team einen Facharzt für Neurologie, einen für Psychiatrie, einen Internist, eine Allgemeinmedizinerin und im Bereich der, dann kommen noch die Krankengymnasten dazu, die sehr erfahren sind, Ergotherapeuten. Wir haben noch eine Sprachtherapeutin, also eine Logopädin und noch Sozialarbeiter noch dazu. Wir treffen uns einmal die Woche, besprechen jeden einzelnen Patienten in der Gesamtheit durch, um zu gucken, wie ist der zu Hause versorgt, was hat der für eine Prognose und das wird dann jede Woche oder im Grunde jeden Tag bei der Visite erneut bewertet, wo die Reise hingeht. Ja, kann man also so sagen, wenn ich mit meiner Hüfte in einem Krankenhaus bin, ist das Ziel, dass die Hüfte funktioniert am Ende und ich wieder ohne Krücken laufen kann und bei jemandem, der dann zu Ihnen im Anschluss kommt, ist das Ziel, dass er zu Hause alleine wieder leben kann? Kann man das so kurz ausdrücken? Ja, das Ziel haben letztendlich beide Behandlungen. Das kann man schon sagen. Es ist nur ein Unterschied, wenn Sie eine fachspezifische Rehabilitationsbehandlung machen, also außerhalb der Geriatrie, da muss jemand so mobil sein, dass er aus eigener Kraft von seinem Krankenbett zu den Therapien laufen kann, der muss sich orientieren können, der muss ausreichend grundmobil sein und das braucht er in der Geriatrie eben nicht. Wir haben Rollstuhlfahrer, Rollator, Patienten mit Rollatoren, wir haben ja Leute auch mit Unterarmgehstützen in ganz verschiedenen Spektren, aber in der Regel sind diese schwer Betroffenen bedürfen täglicher Unterstützung auch durch die Schwestern und eben durch das Pflegepersonal. Und deswegen ist die Ausstattung in einer Geriatrie auch viel umfangreicher als in einer fachspezifischen Reha. Ja, wir sprechen ja jetzt bisher die ganze Zeit nur über eine Hüfte, aber die Patienten haben sicherlich auch andere Krankheitsbilder, mit denen sie zu ihnen kommen, oder? Ja, der typische geriatrische Patient ist 80 Jahre alt, meistens weiblich so, in 60, 65 Prozent der Fälle. Wir haben fünf bis sieben Grunderkrankungen und Medikamente aus fünf bis zehn verschiedenen Medikamentengruppen und die müssen alle sozusagen untereinander berücksichtigt werden und bewertet werden. Was für Grunderkrankungen meinen Sie da? Zum Beispiel ein schwaches Herz, also Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, manche haben auch noch eine Lungenentzündung sich im Krankenhaus eingefangen, in Anführungszeichen. Die bringen offene Wunden mit. Oft werden die ja schon am sechsten, siebten Tag verlegt, jetzt zum Beispiel mit der Hüfte, das heißt, die kommen mit Klammern oder Fäden, das heißt, eine Wundversorgung muss noch erfolgen. Und dann haben die die ganzen weiteren Begleiterkrankungen, was weiß ich, auf der anderen Seite ist auch schon eine Hüfte drin, vielleicht noch haben die noch neue Knie, das heißt, die laufen nicht mehr so gut. Manche haben noch einen alten Schlaganfall, den sie mitbringen, Blasen- und Leerungsstörungen, also das ganze Spektrum wird letztendlich, kommt damit zum Tragen und dementsprechend sind die auch nicht so einfach zu mobilisieren. Im Schnitt sagen Sie 80 Jahre alt. Wie alt ist denn eher Ihr Jüngster oder Ihre Jüngste? Das kommt drauf an. Also von der Definition, was ein geriatrischer Patient ist, richtet sich nicht ausschließlich an den biologischen Alter, sondern es geht eher um die Multimobilität und um die Hilfebedürftigkeit. Das heißt, wenn man so gesehen, die jüngsten Patienten, also unter 65, müssen wir die schon recht ausführlich begründen, dass die bei uns sein dürfen. Das ist so meistens die Schwelle. Wir haben ganz selten mal Patienten mit schweren Grunderkrankungen, zum Beispiel nach langer Laufzeit einer Multiple Sklerose, die schon so gehandicapt sind, meinetwegen rollstuhlpflichtig, da kann jemand, der dann schon meistens auch früh berentet ist, durchaus auch mal in der Geriatrie betreut werden. Aber da wir wissen, dass diese Fälle bei der Krankenkasse geprüft werden, sichern wir uns im Vorfeld ab mit einer Kostenzusage und wir müssen den Aufenthalt sehr gut begründen, damit das nicht später der Fall wieder rausgeprüft wird. Na, dann lassen Sie uns mal über die 80-jährige Dame sprechen. Eben sagt sie ja, 80 Jahre ist so ein Durchschnitt. Stellen wir uns mal vor, die war gestürzt, jetzt hat sie ein künstliches Hüftgelenk und jetzt kommt sie zu Ihnen. Was erlebt die Dame bei Ihnen? Wie läuft das jetzt ab? Also in den ersten zwei Tagen wird ein ausführliches Assessment gemacht. Das heißt, die werden natürlich ärztlich aufgenommen, werden von den Schwestern untersucht. Dann geht es um Blutdrücke, Puls. Es wird Blut abgenommen. Wir gucken nach den Entzündungszeichen. Es kommen im Grunde die anderen Berufsgruppen und schauen, wie belastbar sie sind. Das heißt, die Krankengymnasten kommen und machen ein Assessment. Die Ergotherapeuten gucken nach der Kognition auch. Es wird ein Mini-Mental-Test und ein Uhrentest gemacht. Können Sie uns das erklären, was das heißt, Kognition? Kognition heißt, da geht es um Gedächtnis, um Konzentration, Wortfindungsstörungen, wie orientieren die sich, brauchen die Hilfen im Zimmer. Und da gibt es standardisierte Tests, die recht rasch durchführbar sind. Man braucht nicht mehr als fünf bis zehn Minuten für einen einzelnen Test. Das sind sogenannte Screening-Tests, die dann Hinweise auf weitere Erkrankungen liefern. Also meinetwegen als Beispiel der Mini-Mental-Test. Da kann man 30 Punkte erreichen. Und jemand, der eine Einschränkung hat, der hat entsprechend weniger Punkte. Und beispielsweise, wenn die in dem Bereich zwischen 20 und 25 sind, dann wissen wir, aha, da sind schon Einschränkungen. Und da muss man gezielt zum Beispiel nach Demenzen gucken. Ja. Muss man davor Angst haben? Das hört sich an wie ein Einstellungstest. Nein, Angst muss man davor nicht haben. Wir erleben allerdings, dass diejenigen, die noch recht gut im Kopf erhalten sind, dass die sagen, was fragen Sie mich so, so alberne Fragen, wo ich jetzt hier bin und was wir für ein Jahr haben, das weiß ich doch alles. Aber 30 Prozent sind teilbetroffen. Also die, und diese Fälle sieht man in den anderen Fachbereichen eben nicht. Es wird in anderen Bereichen, wenn eine Hüfte operiert wird, gucken die nicht nach der Kognition, die Kollegen. Also jedenfalls nicht routinemäßig. Und in der Geriatrie ist das Standard. Alle durchlaufen diesen Prozess, jeder Patient. Wie sagen Sie denn Ihrem Patienten, der da jetzt gerade getestet werden soll, dass er so sein soll, wie er immer ist und jetzt nicht versucht, mit allen Tricks diesen Test möglichst gut zu bestehen? Denn das würde ja ein verfechtes Ergebnis nachher bringen. Ja. Also ich denke, dass die Patienten sehr motiviert sind und sehr wohl sich sehr bemühen, gut dazustehen in diesen Tests. Man muss denen, gerade weil manche Fragen sehr einfach sind, denen das am Anfang erklären, dass sie sich nicht verschaukelt fühlen, in Anführungszeichen. Das heißt, das muss man schon machen. Ich habe mal gehört, dass gerade ältere Patienten auch beim Sturz danach in so ein Delir, glaube ich, geraten können. Also weil sie vielleicht ihre Medikamente nicht hatten, weil sie schockiert sind, weil sie alleine gewesen sind und dass man das sehr gut auch dann verwechseln kann mit Demenz. Ist das also auch so ein Ziel, das Sie verfolgen, mit diesen Tests sowas zu unterscheiden? Mit diesen Tests eigentlich weniger, weil im Grunde, man sieht das im Grunde im klinischen Alltag schon. Also ein Delir ist ja ein akuter Verwirrtheitszustand aufgrund einer organischen Ursache. Und das sind meistens Entzündungen, Fieber, Austrocknung gut in Krankenhäusern, achten das Pflegepersonal natürlich sehr darauf, dass das nicht passiert. Es wird darauf geachtet, wie viel die Einzelnen zu sich nehmen. Andererseits ist das gut behandelbar und muss auch behandelt werden, denn unbehandeltes Delir kann durchaus zu Todesfällen führen. Das ist schon sehr wichtig, das rechtzeitig zu erkennen. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass es bei unserer 80-jährigen Dame nicht vorhanden ist, das Delir. Sie konnte schon gehen, musste nicht mehr liegen, glaube ich, in unserem Beispielfall. Und nach diesem Test, wie geht es jetzt für die Dame weiter? Also die Therapeuten während dieser Tests gucken schon, wie gut kommt sie mit auf die Bettkante, wie viel Hilfe braucht sie dabei, wie gut kommt sie in den Stand, kann sie schon auf der Hüfte stehen. Wir kriegen von den chirurgischen Kollegen die Vorinformation, ob wir die Hüfte überhaupt belasten dürfen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Denn wenn wir es nicht dürften, dann muss man sich gut überlegen, ob sie dann schon übernommen werden kann oder ob es nicht besser wäre, so jemanden in die Kurzzeitpflege zu tun, bis sie belasten darf. Das ist nochmal ein besonderer Entscheidungsbaum im Grunde. Aber nur üblicherweise, wenn ich die Hüfte nicht belasten darf, dann kann ich mit ihr nicht üben. Ach so, weil ja häufig auch andere Gliedmaßen nicht mehr so belastbar sind, wahrscheinlich auch. Also auf einen Bein muss man schon stehen können. Es gibt komplizierte Frakturen. Normalerweise eine ganz routinemäßige Hüfte, die implantiert wird, ist belastungsstabil. Ja, mit zementierter Hüfte. Die haben, das ist noch ein bisschen geschwollen, da sind am Anfang noch die Fäden drin, haben ein bisschen Schmerzen, das passt mir entsprechend an. Oft haben die viel im Bett gelegen und wenn die aufstehen und wir dann in den ersten Tagen sie belasten, kriegen sie natürlich vermehrt Schmerzen und dann brauchen die auch mehr Schmerzmedikamente. Aber das passt mir entsprechend an. Das ist ein gutes Stichwort, denn was man ja auch immer wieder hört, so Zweifel bei Patienten, oh, wissen die überhaupt, wie viele Medikamente ich vertrage und haben die mich als Person, als Individuum im Blick. Gerade bei alten Menschen, die schlucken ja unter Umständen dann schon eine ganze Menge, womöglich auch Medikamente, die sich da nicht vertragen. Wie finden Sie das raus, was da geht? Also es gibt, einmal ist es natürlich die Erfahrung, wir wissen in den verschiedenen Medikamentengruppen, worauf wir in der Interaktion achten müssen. Andererseits, man sagt so als Leitlinie, mehr als fünf Medikamente führen dazu, dass die Interaktionen unübersichtlich werden und dass es immer schwieriger wird, das zu bewerten. Und letztendlich muss es das Ziel sein, möglichst viel davon einzusparen, auch im Verlauf. Oft ist es auch so, dass Sie, gerade in den Krankenhäusern sind die Kollegen natürlich auch vorsichtig, die kriegen fast alle Patienten, bekommen beispielsweise einen Magenschutz, obwohl die nie ein Magenschwür hatten oder irgendetwas. Und all diese Medikamente, oder was zum Schlafen, weil der Bettnachbar unruhig ist. Und das wichtigste Ziel ist dann im Verlauf, diese Medikamente wieder abzudösieren oder auch ganz abzusetzen. Und es kommt durchaus auch ganz oft vor, dass die Betroffenen mit ganz alten Medikamenten kommen, die seit 30 Jahren auf dem Markt sind, jede Menge Nebenwirkungen haben, die wir dann, wo uns erst auffällt, dass man die eigentlich um- oder absetzen müsste. Also das heißt, wir filtern nochmal die vorhandene Medikation und passen die entsprechend an. Und wie lange bleiben im Schnitt die Patienten bei Ihnen? 16 bis 17 Tage. Wobei, das ist der Durchschnitt. Also individuell ist es unterschiedlich. Manchmal erleben wir das, dass jemand sich so rasch erholt, dass er sich selber anziehen kann, selber waschen kann, also im Grunde weitgehend selbstständig ist. Dann wäre das ein Fall, den man eigentlich eher in einer Tagesklinik versorgen könnte. Oder eventuell auch ambulant zu Hause. Dann würde man letztendlich sogar eine Rehabilitationsbehandlung mal abbrechen. Das ist aber eher die Ausnahme, weil die meisten Patienten sind vorsortiert. Das sehen wir auch schon auf der Vorstation, wo die sind. Das heißt also, da ist schon klar, dass es gut ist, in der Geriatrie zu sein. Ja, und dass sie auch eine Weile brauchen. Das müssen wir denen auch im Vorfeld schon sagen. Denn sonst sagen die, oh nee, ich wollte nur fünf Tage bleiben und wollen dann wieder gehen. Das lohnt sich dann auch technisch nicht. Aber sonst im Schnitt 16 bis 17 Tage. Und wenn wir schwer betroffen haben, das gibt es durchaus mal, dass jemand eine schwere Bauchoperation hinter sich hat beispielsweise, dann verlängern wir das auch. Also wir haben dann schon die Möglichkeit, die dann länger zu behandeln. Und zumindest in Schleswig-Holstein ist es so abgesprochen, dass wir dafür nicht die Erlaubnis der Krankenkassen brauchen. Also das können wir dann schon, müssen es entsprechend begründen, weil dann sehr lange liege Fälle werden nochmal extra geprüft vom medizinischen Dienst. Aber die dürfen wir dann durchaus auch mal länger behalten. Aber Sie brauchen ja die Erlaubnis des Patienten selbst. Ja. Und wenn man so hört, oh, ich komme jetzt in die Geriatrie, dann fühlt man sich ja vielleicht unter Umständen ganz plötzlich steinalt. Und gibt es Patienten, die sagen, das will ich jetzt nicht und ich will nicht zu Ihnen oder schnell wieder weg? Im Herzen sind die alle 30 Jahre jünger. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, aber das kommt schon vor. Aber meistens sind die ganz kooperativ und das ist kein Problem. In wie vielen Fällen können die Patienten danach wieder zu Hause weiterleben? Für sich, alleine? Ja. 60 bis 70 Prozent, würde ich sagen. Also dass wir sozusagen die bisherige Versorgung verändern müssen über den Sozialdienst, ist ein kleiner Prozentsatz. Das kommt durchaus vor. Manche sehen dann einfach, dass zum Beispiel auch nach einer Hüftoperation sie nicht mehr so mobil sind, wie sie vorher mal waren. Manche stellen da fest, Mensch, ich wohne im dritten Stock. Ja. Wie komme ich da jetzt noch hin oder wieder runter? Und dann kann das schon sein, dass man was Neues organisieren muss. Und wenn die alleinstehend sind oder Angehörige wohnen in Süddeutschland oder wie auch immer, dann schaltet sich unser Sozialdienst ein und wir gucken dann entsprechende Überbrückung über die Kurzzeitpflege oder eine andere Wohnform mit denen zusammenzufinden. Vielen Dank, Herr Dr. Küppers, für dieses spannende Gespräch. Gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Und ich hoffe, auch Sie sind gesund! Untertitelung des ZDF, 2020